Erich von Däniken im Gespräch mit Ken Jebsen. Die Konstrukteure sind die Ingenieure, die die Raketen zusammenbasteln, die überhaupt zum Mond fliegen können. Das sind die Leute, die den Mars roh... Zum Mond fliegen können? Schwierig. Wir haben fremde Gene in uns und das kannst du beweisen. Der Weg führt hinaus zu den Sternen. UFO-Geschichten haben nie großen Anklang gefunden im deutschsprachigen Raum. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Und zwar ziehen wir uns jetzt ein Video rein, beziehungsweise wir ziehen uns das Video weiter rein. Wir haben schon auf den ersten Teil reagiert. Und zwar heißt das Video Boulevard 7. Erich von Däniken im Gespräch mit Ken Jebsen. Sehr interessante Geschichte gewesen. Und ich habe mir vorgenommen, da irgendwann auch mal wieder drauf zu reagieren oder mir das Video weiter reinzuziehen. Und heute sind wir soweit. Heute sind wir da. Heute werden wir uns mal den Talk weiterhin reinziehen und gucken, was hier noch so erzählt wird. Ja, ich finde das spannend. Ich finde das interessant. Und ich mag Menschen, die wild einfach frei eigene Theorien aufstellen und sich über die Menschheitsgeschichte, über die Entstehung des Menschen, über diese ganzen Kulturen in der Vergangenheit halt Gedanken machen und da ihre Theorien aufstellen. Und deswegen gucken wir uns das jetzt weiter ran. Daumen nach oben da, das Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren und der Peter geht los. Gibt es auch Wissenschaftler, die sagen, was sie da an Thesen von sich geben, das ist derart interessant, bevor ich das beiseite wische. Es gab schon sehr viele Thesen, wo der Stand der Wissenschaftler gesagt hat, das ist vollkommener Quatsch. Ich meine auch Einstein, damals mit seiner Relativitätstheorie, gab es da sofort den Brief der 100, die ihn zum Scharlatan erklärt haben. Aber gibt es Wissenschaftler, die sagen, das ist so spannend, ich höre mir das an? War, glaube ich, in der Geschichte der Menschheit schon immer so, dass Leute, die halt neue Theorien aufgestellt haben, neue Konzepte präsentiert haben und ja, alte Theorien quasi widerlegen wollten und ja, gesagt haben, dass es doch anders ist so, dass die dann erstmal hart bekämpft wurden. Also, damals Kopernikus, Galileo, Galilei, Galileo wurde umgelegt, weil er gesagt hat, die Erde ist rund. Weißt du, wie ich meine? Muss man sich mal überlegen. Heutzutage wurde ein Kianisch gecancelt, weil er gesagt hat, die Erde ist eventuell doch nicht so, wie wir denken. So, weißt du? Und es war schon immer so und deswegen ist es halt auch wichtig, dass wir uns trauen, dass wir uns trauen als Menschen auch mal außerhalb des Narrativs zu denken und neue Theorien, neue Konzepte, neue Gedankengänge, neue Wissenschaften zu präsentieren und auch zu denken und auszusprechen, ohne Angst davor zu haben, was eventuell passiert. Weil ich glaube, nur so entwickeln wir uns als Gesellschaft überhaupt weiter im Endeffekt. Weißt du? Es geht gar nicht anders. Und dieser Geist wird halt extrem unterdrückt, leider in der heutigen Zeit. Ach, das ist was anderes, was der Herr Dänik macht. Der ist halt ein Autor. Nein, das kam, früher war das so. Früher hat man mich sehr, sehr kritisiert, manchmal zu Recht. Ich habe schließlich auch manchmal Unsinn erzählt, aber sehr oft doch zu Unrecht. Dass man das heutzutage nicht mehr darf, weißt du, wie ich meine? Man darf keinen Unsinn mehr erzählen. Aber so entstehen neue, also die geilsten Sachen entstehen, wenn du einfach mal frei bist und einfach mal alles rauslässt. Und da kann auch mal Unsinn dabei sein, aber da können auch mal richtig heftige Dinge dabei sein, die für immer bleiben auch. ... der Gürtellinie zugeschlagen. Und die Situation hat geändert. Es gibt verschiedene Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen, zum Beispiel von der NASA, der Chef der Konzentration... NASA, schwierig. ... der Konstruktionsabteilung. Die Konstrukteure sind die Ingenieure, die die Raketen zusammenbasteln, die überhaupt zum Mond fliegen können. Das sind die Leute, die den Mars... ... zum Mond fliegen können? Schwierig. ... bauen, damit er herumfahrt. So, der Chef der Konstruktionsabteilung, Mr. Joe Blumrich, ist inzwischen pensioniert, hat ein Buch geschrieben, The Spaceship of Ezekiel, auf Deutsch, das Raumschiff des Ezekiel. Ezekiel ist ein Prophet im Alten Testament. Angeregt dazu wurde er, das sagt er im Vorwort, durch mich, durch einen Vortrag an mich. Er ging an die Arbeit ran, weil er denjenigen widerlegen wollte und kommt zu einem anderen Schluss. Krass. Es gibt heute Anthropologen, Professor Dr. Horn, Colorado University, die schreiben, es stimmt etwas nicht mit der Abstammung. Natürlich sind wir Produkt der Evolution, definitiv. No. Aber nicht nur. Es gab immer wieder Einschübe. Ja, aber was soll denn das Einschübe? Wenn wir... Schiebe den, Alter, ich finde es aber geil so. Auch wenn ich teilweise widerspreche, finde ich das geil, dass der halt überzeugt von seiner Theorie ist so. Was ein Produkt der Evolution sind. Nehmen Sie auf der Erde einen Apfelbaum. Der Apfelbaum ist auf der Erde entstanden. Er hat irgendwo, gab es mal einen Ur-Apfel, eine Ur-Wurzel, weiß der himmelig was. Und der Apfelbaum hat eine Evolution über viele Millionen Jahre. Und dann kommen Menschen. Und was machen wir? Aber der Apfel ist keine Birne geworden. Das ist entscheidend jetzt hier. Weißt du, wie ich meine? Der Apfel ist keine Birne geworden. Oder eine Banane. Sondern einfach eine andere Art von Apfel. So. Und da bin ich zum Beispiel, da bin ich nämlich so, also Evolution glaube ich ja auch, zu einem gewissen Maße auf jeden Fall. Aber dass aus einer Spezies eine komplett andere entsteht, daran glaube ich halt nicht. Pfropfen ist nur wie Pfropfen. Wir sagen dann, wir veredeln den Apfelbaum. Pfropfen redet... Pfropfen redet... Pfropfen redet... Pfropfen redet... Alter, gib mir die Pfropfrie... Pfrop... Pfrop... Hauts? Ja. So, die Evolution stimmt durchaus. Aber wir haben trotzdem eingegriffen. Und beim Menschen ist das auch so. Wir haben fremde Gene in uns. Und das kannst du beweisen. Zumindest Leute, wie ich kann es beweisen. Äh, erzähl mal. Kleines Beispiel. Hat man im Toten Meer, vor über 60 Jahren, Schriftrollen gefunden. Eine der Schriftrollen nennt man die Lamech-Rolle. Was steht da drin? Lamech, so erfährt man, war offenbar ein reicher Hirte mit vielen Schafen und Ziegen. Und der war immer wieder monatelang unterwegs, bis er wieder mal auf die heimischen Zelte kam. Immer dort, wo es grün war, zog der rum. Der kommt eines Tages nach Hause und findet seine junge Frau, die hieß Batenosch. Die hatte gerade einem Kind das Leben geschenkt. Und der Vater Lamech sagt seiner Frau, das ist nicht mein Kind. Die war zu lange weg. Das geht nicht auf mit den neun Monaten. Stier. Zudem, das Kind schaut völlig anders aus. Das wünsche ich keinem Mann, sage ich dir, so wie es ist. Er hatte schon viele Kinder. Und er macht seiner Frau Vorwürfe. Und die Frau, die schwört bei allem, was ihr heilig sei, sie habe mit niemandem sexuellen Kontakt gehabt. Frauen können gut lügen, die Gesechte, so wie es ist. Sie zählt sogar auf. Mit kein anderer Hirte war da keiner der Wächter, etc. Lamech ist betrübt, er liebt seine Frau, aber das ist das Kuckucksei in der Familie. Er geht zu seinem eigenen Vater, zu Methusalem, um Rat zu fragen, was soll ich machen? Methusalem weiß auch nicht, was er sagen soll. Geht seinerseits zu seinem Vater, derselbe Henoch, der unterwiesen worden ist von den Fremden im Raumschiff. Henoch sagt zu seinem Sohn Methusalem, geh zu deinem Sohn Lamech. Sag ihm, die Wächter des Himmels hätten den Samen in den Schoß von Bad Henoch gelegt, ohne sie sexuell zu berühren. Lamech soll das Kind als sein eigenes anerkennen und soll es aufziehen. Die Wächter würden eine fürchterliche Flut über den ganzen Planeten hereinbrechen lassen und da sei der Stammhalter des neuen Geschlechts. Er soll ihm den Namen Noah geben. Krass. Wow, Digga, voll interessant, ja. Jetzt erfahren wir zum ersten Mal, hallo, künstliche Befruchtung. Wir sind aber alle Nachkommende von Noah. Wir haben irgendeine Evolution. Fremde Gene in uns. Oh, Digga, das wilde Geischwürste. Der Typ ist schon geil, ne? Wir denken, glauben Sie, dass im Menschen selber auch so etwas schlummert, so eine Sehnsucht nicht allein zu sein in diesem System? Ist das da? Ja, mein zweites Buch drückt den Titel Zurück zu den Sternen. Und damit schwang das eigentlich mit, Zurück zu den Sternen. Du kannst nur zurück wollen, wenn du schon irgendwo warst. Sonst kannst du nicht Zurück zu den Sternen. Also steckt uns das in den Knochen, sagen Sie? Ja, das steckt in den Genen. Das kommt wieder von den Austriesischen. Das ist halt krass, dass er so überzeugt davon ist, wie ich meine. Weil am Ende des Tages, wir können es ja nicht verifizieren. Also wir können ja jetzt kein, ich habe einen DNA-Test gemacht, um zu gucken, wo meine genetische, also wo ich herkomme, wo meine Roots sind. Und dann ist dann Ghana rausgekommen, äh, Nigeria rausgekommen, Europa rausgekommen, etc. Und da kann man ja jetzt nicht sehen, ob da noch eventuell Gene von einem anderen Planeten am Start sind. Also er sagt, er kann das beweisen, aber das ist halt kein richtiger Beweis. Aber für ihn halt der Beweis, weißt du? Aber er redet halt so, Digga, das ist ein Fact, sagt er. So ist Moa entstanden, so ist so und so gegangen, Digga, da ist denn der, so, so. Element Neugierde zusammen. Wir haben diese Entsucht. Wir wollen ja nicht isoliert bleiben. Das war früher im Kleinen auch so, wie wir da nicht nur noch einzeln waren. Da kamen die Kulturen, sie betrieben Schiffs. Aber ich will hier nicht sagen, dass das nicht eventuell auch möglich sein kann, ne? Ich bin, äh, Bro, wer bin ich schon, dass ich das jetzt bewerten kann und sagen kann, was richtig und was falsch ist, so, weißt du? I don't fucking know, so. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir außerirdische Gene in uns haben. Und dass wir uns irgendwann mal mit, 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 mit Lebewesen vermischt haben, die von einem anderen Planeten gekommen sind. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Muss das sein? Kann ich das beweisen? Nein. Könnte ich mir das vorstellen, auf jeden Fall. Sie sind hinausgewandert, sie wollten die nächsten Kontinente erforschen. Du bist voll kleben geblieben, Bro. Voll kleben geblieben, Bro. Aber sowas von. Mit Stolz, Digger. Macht Spaß. Wie sieht der Planet aus? Das betrifft uns alle, das betrifft das Universum. Wir senden Sonden zu Mars. Die ersten Sonden haben inzwischen schon den Asteroidengürtel erreicht. Haben den riesigen Asteroidengürtel. Sagst du. Asteroidensehre. Es ist halt krass, dass er solche Dinge erzählt und dann trotzdem in die Nase und so vertraut, Bro. Das ist schon crazy. Fotografiert. Tolle Bilder übrigens. Und da stimmen ein paar Sachen nicht auf der Oberfläche von Sera. So, das ist Neugierde. Wir haben es in uns. Der Weg führt hinaus zu den Sternen. Herr von Denning, es gibt von Ihnen ein Zitat. Ich gehe davon aus, dass es von Ihnen ist, dass es mir so übermittelt worden ist, über das ich regelmäßig herzlich lache. Da wurden Sie vor vielen Jahren mal gefragt, wenn denn die Außerirdischen, von denen Sie sprechen, wenn die denn so intelligent wären, warum die nicht übers Weiße Haus fliegen und dann mit den Amerikanern Kontakt aufnehmen. Und Sie hätten geantwortet, würden Sie mit Hühnern Kontakt aufnehmen. Das Zitat stammt, ich habe es gesagt, aber er stammt ursprünglich nicht von mir. Ich war vor etwa 30 Jahren mal Gast an einer amerikanischen Fernsehsendung und rechts und links von mir saß ein amerikanischer Astronom. Der eine war Professor Dr. Karl Segen, ein brillanter Mann, und der andere war Alain Heineck, auch ein guter Astronom der Chicago University. Und Heineck hielt UFOs für möglich, ob schon ein Astronom war, Segen komplett. Und dann hat der Segen zum Heineck gesagt, über mich, also hör mal, wenn da irgendwer wäre, der uns da beobachten würde, mein Gott, die hätten längst diplomatische Beziehungen mit uns aufgenommen. Und dann sagt der Heineck zu seinem Kollegen, du hör mal, wir nehmen doch auch keine diplomatischen Beziehungen mit Hühnern auf. Das ist das Zitat. Wir Veganer schon. Angenommen, Sie wären dann Außerirdischer, wenn Sie sagen, also Sie sind ja, haben wir Teile von Außerirdischem in uns, aber wir sind. Ich meine, ey, man hört ja immer wieder, dass es Menschen gibt, die davon berichten, dass sie Kontakt aufgenommen haben. Weißt du, ich persönlich habe einfach ein unbekanntes Flugobjekt hier in Mexiko gesehen, das kann man auch als Kontakt bewerten. Vielleicht gibt es auserwählte Menschen, die irgendwann auf eine Art und Weise mit diesen Jungs in Verbindung treten. Weißt du, wie ich meine? Wer weiß. Jetzt mal Erdlinge. Und Sie würden sich anschauen, was wir auf diesem Planeten machen. Wir schlagen uns ja, seit ich jedenfalls auf diesem Planeten bin, mit immer moderneren Waffen die Schädel ein. Würden Sie diesen Planeten als verloren bezeichnen? Nein, überhaupt nicht. Das gehört einfach zur Evolution, das gehört zur Entwicklungsgeschichte. Es mag Planeten geben da draußen, Welten, die auch so weit waren wie wir und die sich vielleicht umgebracht haben. Es kann sogar sein, dass wir in unserem eigenen Sonnensystem früher einen Planeten hatten, der durch Atomwaffen zerstört worden ist. Ich rede vom Asteroidengürtel. Zwischen Mars und Jupiter gibt es den Asteroidengürtel. Das sind ein paar hunderttausend Gesteinsbrocken, kleine und große. Der größte heißt Ceres, hat einen Durchmesser von 930 Kilometern. Und die Astronomen sagen, der Asteroidengürtel, das sind nicht eingesammelte Bruchstücke, die sich da versammeln. Da war früher mal ein Planet. Aber Planeten explodieren nicht. Planeten haben einen Grund, zu explodieren. Die ganze antike Mythologie ist voll von einem Krieg im Himmel. Jetzt muss man das Wort Himmel nur als Weltraum übersetzen. Die griechische Mythologie beginnt mit Zeus. Bevor der Vater Zeus kommt, sein Vater Kronos muss den Krieg ausführen. Wir in unserer christlich-jüdischen Tradition, wir haben uns vorgestellt, der Himmel sei der Ort der absoluten Glückseligkeit. Im Himmel sei man mit Gott vereinbart und glücklich. Aber im Himmel gab es... Ihr müsst euch vorstellen, der Erich ist schon ein erwachsener, gereifter Mann, der sich schon viel Wissen angeeignet hat und Bücher gelesen hat und was auch immer. Das heißt, er hat fast auf alles eine Antwort und hat sich natürlich auch Dinge reingezogen, die man miteinander verbinden kann. Und hat dann seine eigene Wahrheit mit den Jahren aufgebaut. Und ich glaube, daher kommt auch diese heftige Überzeugung von ihm. Weißt du, weil er halt wirklich auch das Jahrzehnte lang studiert hat und überzeugt davon ist, Digi. Ach, da taucht eines Tages ein Erzengel namens Lucifer auf, mit seinen Heerscharen, tritt vor den großen Thron des Allmächtigen und sagt, wir dienen dir nicht mehr. Worauf der liebe Gott den Erzengel Michael beauftragt, den Lucifer und seine Mande aus dem Himmel zu schmeißen. Es entstand ein Krieg im Weltall. Wenn Himmel der Ort der Glückseligkeit wäre. So krass, weißt du, weil das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel auch gerne mache, ist, mich mit diesen ganzen antiken Geschichten auseinanderzusetzen und dann Dinge zu verknüpfen. Machen wir als Menschen automatisch, wenn wir uns Wissen aneignen, sage ich mal so, weißt du. Und wenn du halt in diese ganzen antiken Schriften reingehst, wenn du die Bibel durchliest, die anderen heiligen Bücher durchliest und dann dich mit den Hochkulturen von damals auseinandersetzt und dann Überschneidungen findest und so. Ich finde das halt voll interessant, wie er die Dinge auch teilweise miteinander verbindet. So ist es schon sehr, sehr wild. Dann gibt es keinen Krach, dann gibt es keine Opposition. Dann bist du glücklich. Davon wimmelt es im religiösen und mythologischen Bereich von Krach im Weltall. Also Star Wars letztendlich. Star Wars letztendlich. Und wir könnten es beweisen, wir haben den Asteroidengürtel. Alle unsere Planeten im Sonnensystem sind übersät mit Kratern. Jetzt sagst du, es ist ein völlig natürlicher Vorgang. Es wimmelt immer wieder von kleinen Meteoriten, die gelangen in den Anziehungsbereich eines Planeten oder eines Mondes. Dann knallen sie rein. Alles okay. Stimmt aber nur beschränkt. Wir haben in unserem Sonnensystem eine Reihe von winzigen Monden. Die beiden Marsmonde, Phobos und Deimos. Und die sind voll mit Kratern. Die haben aber keine Anziehungskräfte. Da kommt kein Meteoriter, kommt ein Gerät, ein Anziehungskräfte. Der fährt wieder noch so nah über die Welt. Er stützt nie darauf ab. Es muss hier irgendwann mal ein Trommelfeuer stattgefunden haben, in unserem Sonnensystem, dass etwas explodiert ist mit Gewalt. Dann haben wir Beweise auf der Erde. Auf allen Wüsten der Erde. Also Gobi, Beluchista, Nevada, Sahara. Überall wieder findest du Stellen, da sind Verglasungen. Man nennt es Wüstenglas. Jetzt dachte man, Wüstenglas entsteht übrigens, sagen die Fachleute. Etwa 6000 Grad Temperatur muss frei geworden sein. Der Sand schmilzt und der Sand verglast. Jetzt hat man eine Theorie. 6000. Man sagt, irgendein Meteorit ist mal rüber geflogen. Die heißen Gase haben die Sande berührt und dann ist das entstanden. Dann hätte man das Wüstenglas auf einer Linie. Du hast es überall. Der Sahara überall. Und zwar riesige Brocken. Wir haben das Ding, aber Erklärung dafür. Und tatsächlich, wir haben ein paar Fakten. Wüstenglas, Meteoriteneinschläge etc. Noch was zu Phobos. Der Mars hat zwei Monde, Phobos und Diamond. Jetzt sind wir drinnen in der Recherche. Ja. Das ist nicht normal. Beide Mars-Monde kreisen um den Äquator des Marses. Und sie drehen sich schneller, als der Mond sich unter ihnen dreht. Der sowjetische, damals sowjetische Astrophysiker Professor Dr. Toschlovsky, der brillanteste Mann vor 25 Jahren, hat mir am Sternbergen steht, die Moskau mal erklärt. Herr von Däniken, die beiden Mars-Monde müssen künstlich sein. Die müssen hohl sein. Ich finde das aber schon faszinierend, so jetzt mal unabhängig davon, ob der recht hat oder nicht, oder ob das stimmt oder nicht. Wie er diese Dinge ausspricht. Weißt du, wie ich meine? Wie er das kommuniziert. Wie klar und deutlich und ohne Sprachfehler auch und so. Und einen schönen roten Faden komplett durch und so. Ist schon... Dafür alleine Respekt. So jetzt mal unabhängig davon, ob das true ist oder nicht, weißt du, wie ich meine? Aber so die Intelligenz dahinter ist schon stark. Das sind Berechnungen der Astronomen. Wir könnten es heute bereisen. Wir könnten ja mal eine Space Shuttle schaffen. Ja, genau. Und der hat auch ein gewisses Alter noch. Ja, ja. Aber es scheint noch richtig so... Der ist schon da, der Cousin. Hinschicken. Herr von Däniken, wenn man sich anschaut, was Sie heute machen und was Sie die letzten Jahrzehnte gemacht haben, dann ist es ja keineswegs üblich, dass dieser Weg war ja nicht vorgezeichnet. Sie haben ja am Anfang was vollkommen anderes gelernt. Sie waren ja mal Koch und haben auch mal ein Hotel betrieben. Krass. Wann haben Sie denn gesagt, okay, also das... Wo reicht mir jetzt der Geld? Jetzt müssen die Aliens studiert werden. Kochen und ein Hotel betreiben, das ist nicht meine Sache. Und sich unentschieden. Weil die Dinge haben nicht viel miteinander zu tun. Ja, ich lebe ein bisschen anders. Ich bin katholisch erzogen worden. Und eben mein Vater fand, ich sollte was Dialogisches machen. Steckt mich in ein Jesuiteninternat. Zuerst mal war das. Aber vom Beruf her, von der Familie her, kam ich aus der Gastronomie. Also meine Mutter hat ein Hotel betrieben. Ich bin als Knabe in der Hotelküche herumgerannt, in der Bar gestanden. Man weiß, wie das läuft. Nachdem... Knabe denn, nein. Das Gymnasium zu Ende war, habe ich zuerst mal Koch gelernt, Kellner, Barkeeper, Rezeption, Hotelfachschule. Ich habe alles gemacht, was man in der Gastronomie machen muss. Also Kontakt mit intelligentem Leben. Als ich... Da freut er sich. Erstes Buch schrieb. Erinnert man in Zukunft. War ich Direktor eines Erstklass-Hotels in Davos. Davos in den Schweizer Bären. Okay, jetzt, äh, ja. Davos, Diggi. Oh, oh. Mit wem hat er wohl da Kontakt aufgenommen? Jetzt gehen wir in die Schwurbeleireim, meine lieben Freunde. Ich habe das Buch geschrieben als Hoteldirektor. Habe es an 20 Verlage geschickt, damals. Suspicious, würde ich mal sagen, Decker. 165, 166. Wollte keiner. Keiner. Alle haben es zurückgeschickt. Alle bedauern nicht die eigenen. Zu polemisch oder zu unwissenschaftlich. Wenn ich jetzt kennengewesen wäre, hätte ich gesagt, kennst du einen Cousin, der Schwab mit Nachnamen heißt? Ja. Jetzt hatte ich als Hoteldirektor jedes Jahr einen Gast, Dr. Thomas von Rando, der war damals der Wissenschaftsredaktor der Deutschen Wochenzeitschrift, die Zeit. Wir haben miteinander gebechert und geredet über Ausreden. Und der sagt mir, Erich, du sollst uns vielleicht mal ein Buch schreiben. Da sagte ich ihm, ich habe eins, aber ich finde keinen Verleger. Da dachte ich, ich kann dir vielleicht helfen. Und am nächsten Tag rief er einen Verleger an und der sagte dann am Telefon, können Sie nach Düsseldorf kommen? Ja, ich kam. Und dann ist es gelaufen. So ging das los. Wenn Sie sich anschauen, es war am Anfang ja sehr viel Skepsis in den 60er Jahren, obwohl es auch eine sehr intensive Zeit dahingehend war, dass überall UFO-Filme liefen. Das war auch Trend, muss man dazu sagen. Haben sich Ihrer Meinung nach die Zeiten denn geändert? Weil man spricht... Deus sagt sehr vertrauenswürdig. Ja, ich meine, okay, man kann jetzt nicht sagen, dass jeder, der in Davos war, Kontakt mit Klaus Schwab oder dem WEF hat. So weißt du, vor allen Dingen, weiß ich nicht, wie alt der ist. Ich glaube, der ist ja viel älter als das World Economic Forum wahrscheinlich sogar. Und auch als Klaus Schwab, oder? Obwohl, die könnten eigentlich ähnlich alt sein, Digga, sag ich dir ehrlich, ne? Das könnte eigentlich ein ähnliches Alter sein. Aber wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass jeder, der in Davos war, irgendwie jetzt suspicious ist so. Aber jetzt bin ich schon mal, jetzt bin ich ein bisschen hier curious. Der Cousin ist 1935 geboren. 1935. Klaus Schwab. 1938 drin. Aber gleich, Alter, Digga. Hör auf. Ja, kaum noch über UFOs. Oder über das alles, was Sie sagen. Das ist ja weg vom Fenster. Das ist doch über das Geredet. Nein, ich widerspreche. Sie haben recht, man spricht kaum von UFOs. Das stimmt hier im deutschsprachigen Raum. Aber nur bei uns. Und man weiß, weshalb vernünftige Leute nicht gerne von UFOs reden, weil sie es alle für einen Blödsinn finden, für einen Unsinn. Und jetzt weiß man wiederum, im September 1953, das ist lange her. Jetzt gehen wir in die Rhinox. Bist du da? Da hat der CIA einen Befehl rausgegeben an alle Dienststellen der Welt. Den Befehl kann man heute belegen. Der ist aus Akten herausgekommen, aus 50er Akten. An alle Dienststellen der Welt. Alle UFO-Geschichten sollen lächerlich gemacht werden. Der Lächerlichkeit preisgegeben werden. UFO-Gruppen, UFO-Sondierungen sollen unterwandert werden. Leute, die ernst zu nehmen sind, sollen lächerlich gemacht werden. Und die ganze Wissenschaft und die ganzen Journalisten, die alle vernünftige Leute sind, die mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Wir haben ja gesagt, nur weil Erich von Däniken einmal in Davos war, hat er bestimmt Connections mit Klaus Schwab. Und das ist halt natürlich auch nur Spekulation hier und lustig auch gerade, was wir hier gerade machen. Aber wenn Klaus Schwab und das WEF noch nicht in Davos gewesen sind, dann ist da ja die Verbindung, die über die wir uns gerade lustig gemacht haben, nicht mehr da. Das meine ich. Dass die Pläne und so schon viel weiter vorher geschmiedet wurden, das haben wir auch in dem Talk mal gesehen, von Ernst Wolf, wo der mal erklärt hat, die Historie von WEF etc. Die haben nie gemerkt, ich selber übrigens auch nicht, dass wir während 50 Jahren als nützliche Idioten missbraucht worden sind. Das alles war gesteuert, die lächerlichen Machen der ganzen UFO-Geschichte. Übrigens, der britische Geheimdienst hat einen ähnlichen Befehl herausgegeben. Das kann man heute beweisen. Ich habe das alles genau zitiert in meinem letzten Buch, Botschaften aus dem Jahr 2018. Da haben die die exakten Quellen dahinter. Also UFO-Geschichten haben nie großen Anklang gefunden im deutschsprachigen Raum. Wir im deutschsprachigen Raum, das betrifft die Deutschen, nun Schweizer, die Österreicher, wir sind eigentlich die Stursten. Wir sind die, die am vernünftigsten sein möchten. Ja, 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 safe, safe, safe. Da zähle ich mich auch dazu. Wir möchten mit beiden Beinen auf dem Boden sein. Diese Logiker, weißt du, wie ich meine. Ingenieure, Bruder, Wissenschaftler und so. Deutschen sind da, also wir sind logisch, wir sind mathematisch, wir sind Ingenieur, wir sind hier alles schön nach Plan, Digga, on time. Wir kommen ja nicht mit irgendwelchen Sachen, die man nicht erklären kann. UFOs befasst man sich nicht. Im südamerikanischen Raum, auch im nordamerikanischen Raum, war UFO immer ein Thema. In Südamerika, beispielsweise in Brasilien, können Sie getrost mit einem Astrophysiker in einem Café zusammensitzen und über UFOs reden. Und der bestätigt, dass er oder irgendwer in seinem Bekanntenkreis solche Erlebnisse hatte. Bei uns, wenn du mit einem Astrophysiker darüber redest, also hör mir auf, haben wir kein anderes Thema. Das ist wirklich was Gescheiteres. Es liegt an uns, wir haben uns abgegrenzt. Ich habe ein Handy, wie die meisten Leute, und bin unter anderem abonniert, in irgendeinem UFO-Club. Jeden Tag habe ich mindestens 20 UFO-Meldungen drauf. Mit genauen Filmen fotografiert. Mit Filmen, Digga, der hat nie mit Filmen drauf, Digga, mit genauen Filmen und fotografiert. Wo gestört? KI, alles möglich. Aber ey, ich will das nicht verleugnen oder ausschließen, dass es nicht eventuell Flugobjekte gibt, die wir nicht richtig identifizieren können. Ich habe selber eins gesehen, deswegen, ich kann das nicht mehr tun jetzt gerade. Geht einfach nicht, weißt du? Aber glaube ich, dass auch viel von dem Shit einfach Müll ist? Ja. Glaube ich, dass es auch Leute gibt, die sich einen Spaß daraus machen und einfach irgendwelche Video-Manipulationen in irgendwelche Apps reinschicken, damit die Leute entertaint sind? Ja. Glaube ich, dass es eventuell sogar Flugobjekte gibt von Regierungsapparaten, so. Wie zum Beispiel NASA oder so, die wir nicht richtig kennen oder noch nie gesehen haben. Wo wir dann denken, okay, das müssen Aliens sein, bin ich auch von überzeugt. Könnte es aber sein, dass unter diesen ganzen Flugobjekten, die gesichtet werden, auch Dinge dabei sind, die wirklich nicht menschlich sind. Ja, das glaube ich auch. Also da muss man einfach ein bisschen so, weißt du, wie ich meine? Passiert dauernd etwas, wir hören es noch nicht. Herr von Tänik, wenn man in die Zeit zurückgeht, das reichen ja... Süß, dass er die Videos so angesprochen hat. Ja, voll, fühle ich auch, Digga. Filme uns, das macht meine Oma auch immer. So einen Film, habe ich einen Film geguckt auf YouTube. Die sagen nicht Videos, für die sind das Filme. 50, 200, 50, 300 Jahre und hätte den Menschen damals erzählt, dass wir irgendwann mal in 10 Kilometer Höhe fliegen werden, dann bestellen wir noch einen Tomatensaft, halten uns ein kleines Gerät an das Ohr und telefonieren miteinander sogar mit Bild, hätte uns auch keiner geglaubt. Fakt. Wir sehen, was in 500 Jahren... Man muss immer open-minded bleiben. Man darf nicht zu festgefahren sein, weil das Leben funktioniert halt einfach so, dass es halt auch einfach Dinge gibt, die wir uns nicht richtig erklären können, weißt du. Und wenn du dich zumachst, dann willst du diese Dinge gar nicht erst sehen und versuchst gar nicht erst zu verstehen, weißt du, weil du so zu bist vom Mind her. Du musst halt open-minded sein und die Dinge erstmal anhören und niemals Dinge ausschließen, weil so ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du eventuell auf Sachen stoßen wirst, auf die du nicht stoßen würdest, wenn du so close-minded wärst. Technologie möglich ist. Das, wovon Sie sprechen, wie viele Jahre oder Lichtjahre oder Jahrzehnte, ich weiß es nicht, Technologie trennen uns denn von den Wesen, von denen Sie sprechen, sind das 5000 Jahre oder... Ich habe vorhin erwähnt, der amerikanische Chef der Konstruktionsabteilung der NASA, Mr. Joe Blumrich, der das Raumschiff des Ezekieles gerecht nachgezeigt hat, der sagt, die Technologie der Außerirdischen, die damals zum Einsatz kam, ist... Jersey sagt gerade, viele sagen, dass der Herr Däniken alles erfunden hat, damit seine Bücher sich gut verkaufen. Also ich sage dir ehrlich, ich habe eine relativ gute Menschenkenntnis, ich glaube, dass der Typ halt wirklich überzeugt davon ist, von dem, was er erzählt, so. Er glaubt das, Bro. Das kommt mir nicht rüber und ich sehe halt, wenn Leute fake sind, so, weißt du, dann merkt man das schon, so, weißt du, wie ich meine, keine Ahnung. Also ich glaube, dass er wirklich selber davon überzeugt ist, was er erzählt. Aber man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Digi. Ich kann es dir nicht versprechen, mein Jutz da. ... unserer heutigen Technologie, höchstens um 80 Jahre voraus. Man muss sich überlegen, in den alten Heiligen Schriften wird geschrieben, wie die herniederkommen. Also beispielsweise Hesekiel. Hesekiel ist ein Prophet im Alten Testament, können Sie leicht nachlesen. Der letzte Prophet im Alten Testament... Geil, Alter. Bei diesen Sachen, da bin ich immer voll gespannt. Bei diesen Hesekien-Propheten und so, da bin ich da. ... im Testament. Der beschreibt, wie ein Fahrzeug herniederkommt. Krass. Er beschreibt, das Fahrzeug, die Räder, die Felgen, die Flügel, die Räder, die ineinander greifen. Also eine Landefähre. Ja. Dann, was sie aufsetzen. Er beschreibt den Lärm. Vergleicht den Lärm mit dem Getöse eines Heerlagers, mit dem Rauschen und Tonnen vieler Wasser. So eine Technologie, der nicht noch ziemlich... Wie heißt der? Hesekien? ... primitiv ist. Da wird noch Sand aufgewirbelt, etc. Deshalb sagt der NASA-Chef uns heute noch etwa 80 Jahre voraus. Was die konnten, sie konnten interstellare Raumfahrt betreiben, von Stern zu Stern. Das beherrschen wir nicht. Wir schicken kleine Sonden mit leckerlichen Flüssigkeitstriebwerken hinauf. Und das geht dann monatelang, bis sie mal den Mars erreichen. Oder sogar Jahre, je nach der Geschwindigkeit. Und das haben die hinter sich. Sie können es tatsächlich machen. Eine Sache, die ich mir unter Umständen noch vorstellen könnte, dass die JungsInnen von damals Technologien hatten und Möglichkeiten hatten und Verbindungen hatten, die wir heutzutage nicht mehr haben. Ich meine, die wollen uns ja jetzt auch ernsthaft verkaufen, dass die die Technologie, um auf den Mond zu fliegen, nicht mehr haben. Wenn man denen mal Glauben schenkt, könnte es auch sein, dass die eventuell damals in den Ägypter Zeiten oder davor sogar schon irgendwelche Technologien hatten, um mit Interstellar irgendwie zu connecten oder irgendwo anders hinzufliegen oder so, dass das schon möglich gewesen ist. Kann ich mir wirklich vorstellen. Wo bin ich denn? Telepathie oder so. Future Organization, hätte ich fast gesagt. Also die UFOs, die sehr unbemannten Flugobjekte, aus unserer Sicht könnten das ja auch Drohnen sein. Die müssen ja nicht bemannt sein. Heißt UFO heißt doch nicht unbemannte Flugobjekte, heißt doch Unidentified Flight Object mäßig, oder? Das können ja einfach nur Objekte sein, die sich mal anschauen, was sich bei uns so an Technologie tut. Dann sehen die, okay, da führen jetzt noch mehr Kriege, also sind noch nicht so weit. Fliegen sie einfach weiter, zur nächsten Kolonien, schauen sich das an. Völlig richtig. Würden Sie sagen, wir sind so eine Art Reagenzglas? Ja, das ist so. Also mit den Drohnen. Es gab verschiedene Begegnungen heute oder vor Jahrtausenden, die kann man dokumentieren. Und da waren keine Lebewesen drin. Das waren nur Apparate. Es gab Begegnungen im Altertum, da waren menschenähnliche Wissen drin. Es ist doch zu Gesprächen gekommen. Also Henoch ist ein Beispiel, wo er unterwiesen worden ist. Es gibt Menschen, die haben die Fremden gefragt, woher kommt ihr? Keiner hat gesagt, von einem anderen Kontinent, einer anderen Technologie, von Atlantis, immer von da oben. Es sind doch Namen genannt worden, von den Sternsystemen. Nur die sagen uns nicht, wir können nichts damit anfangen. Und die Technologie von heute, eine Technologie, die uns Menschen um nur 20 Jahre voraus ist, wir würden die als magisch betrachten. Wir verstehen es nicht. Schau mal, heute wissen wir, was ein... Wer hat da aber recht? Viele Dinge, die wir heute haben, die hätten die uns damals, wenn wir das vor 100 Jahren gesagt hätten, 200 Jahren, 300 Jahren, 1000 Jahren, hätten die uns nicht abgekauft. Sie brauchen drei Kameras, dann können Sie ein holographisches Bild entstehen lassen. Leon mit Däniken wäre nice. Mal Talk machen mit dem Cousin oder was? Eins in den Chat, wer das sehen wollen würde. Im Zimmer meines Großvaters hätte ich einen Engel erscheinen lassen, holographisch. Mein Großvater wäre durchs Feuer gegangen, er wäre auf den Scheitrafen gegangen. Ich habe diesen Engel gesehen. In Wirklichkeit war es nur eine Spielerei von einer zukünftigen Technologie. Wir haben dem Hologramm ins Schlafzimmer hineingezaugert. Glauben Sie, dass, angenommen, es kommt zum Kontakt und zum diplomatischen Kontakt mit Außerirdischen, dass auf der Erde der Krieg aufhören würde? Weil die Menschen plötzlich merken würden, das hat ja gar keinen Sinn, was wir hier machen. Seit Jahrtausenden haben wir uns bekriegt, meistens waren es Religionen. Die Rechthaberei in irgendeiner Religion, nur meine Religion, mein Gott hat gesagt, nur das ist richtig, also muss das andere vernichtet werden. Das Gedankengut haben wir heute noch in bestimmten Gesellschaften. Es ist absolut schrecklich. So wie wir Kontakt haben mit Außerirdischen, endlich mal Kontakt, auch offiziellen Kontakt, werden wir uns klar, wir alle sind die intelligente Spezies auf diesem Planeten. Da ist nichts mehr von Rassismus, schwarz, weiß, rot, gelb, von Religionen. Was, da kommt der Papst und sagt, nur meine Religion ist die richtige, nur ich kann mit euch korrespondieren. Oder irgendein muslimischer Führer erzählt, dass er, vergiss es, wir werden begreifen, wir, Homo sapiens sapiens, wir sind die intelligente Spezies auf diesem Planeten. Und wir reden hier mit einer Stimme, mit den Austrieten. Die selber sind in ihrer Revolution soweit, dass sie ganz genau wissen, wenn wir nur mit der Gruppe reden würden, würden sie es missbrauchen, ausschlachten. Auch unsere Technologie, was immer sie haben. Sie würden wieder Krieg machen für die anderen. Interessante Perspektive. Deine Hypothese, die stammt vom amerikanischen Professor Dr. James Dierdorf. Man nennt die Hypothese in der Zoo-Hypothesis. Das Wilde an der ganzen Geschichte ist halt, dass, wenn man mir jetzt mal zum Beispiel das Project Bluebeam zum Beispiel mal einfach heranzieht und sich da mal ein bisschen informiert, was das eigentlich ist so, dass man dann auf den Punkt kommt, dass die uns auch genau das verkaufen wollen, um halt eine Weltregierung einzuführen, um halt uns alle gleichzeitig kontrollieren zu können und dass es keine Unterschiede mehr gibt, so weißt du, wie ich meine. Also je nachdem, wer das anstrebt und wer das quasi nach vorne pusht, kann das natürlich auch ein Psy-Op sein, der kann das natürlich auch gefährlich sein, sage ich mal, beziehungsweise ausgenutzt werden, so weißt du. Aber grundsätzlich dieses Verständnis dafür, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle eigentlich gleich viel wert sind und dass es keinen Unterschied macht, welche Hautfarbe, Religion, Herkunft etc. pp. Dem stimme ich hundertprozentig zu. Aber aus welchem Grund das gemacht wird, das ist dann immer wieder die Frage, so weißt du. So die Perspektive halt. Die Zoo-Hypothese, das läuft kurz so. Jetzt betrachten Sie den ganzen Planeten Erde mit allem, was da ist, als eine Art zoologischer Garten. Im zoologischen Garten haben Sie Wächter, im zoologischen Garten haben Sie Teilnehmer, die Tiere etc. Im zoologischen Garten haben Sie auch Besucher. Alle müssen sich an bestimmte Regeln halten. Die Wächter haben dafür zu achten, dass die Tiere nicht entfliehen, dass sie Wasser haben, dass es sauber ist etc. Die Zuschauer dürfen auch nicht einem Krokodil lebende Hunde füttern oder irgendwelchen exotischen Tieren die Federn ausziehen. Alle achten, dass die Spielregeln eingehalten werden. Jetzt merken Sie, wer macht die Spielregeln aber mal, Jutzer? Das ist nämlich immer die Frage, so weißt du, wie ich meine? Die Wächter. Weil wir machen heutzutage Dinge, die nicht wirklich richtig sind. Fühle ich auf jeden Fall so. Weißt du, also gerade mit den Tieren, mit der Natur, Menschen gegenseitig so. Das eine Spezies in diesem zoologischen Garten offenbar schneller fortschreitet als erwartet. Also in der Evolution Technologie entwickelt. Wir entwickeln Kultur, Malerei, Gesänge, alle Arten von Kunstwerken etc. Dann entwickeln wir Technologie. Wir erfinden das Flugzeug. Die Wächter stellen fest, wir schicken kleine Sonden hinaus zum Mars, zum Mond. Wir sind zu reif, wir können die Erde verlassen. Jetzt fragen sich die Wächter, sollen wir dieser Spezies gestatten, ihren Planeten zu verlassen? Der Bruder ist mies drin, Alter. Grundsätzlich ja. Eigene Arbeit, eigene Evolution der Technologie. Aber wir lassen sie erst raus, wenn sie begriffen haben, dass sie nicht allein im Universum sind. Wieso denn das? In 20 Jahren wird dir und so ein privaten Mensch hier ein kleines Rauch. Ich finde das crazy, wie der so erzählt hat, als ob er mit den Jungs im Kontakt ist. Als ob die ihm gesagt haben, was sie denken und fühlen. Schiff zum Mars schicken. Da drin hocken ein paar Menschen mit ihren Kameras. Jetzt treffen sie auf ein fremdes Raumschiff. Sie filmen das. Das geht auf die Erde, an die Bildschirme. Bei uns bricht die Hölle los. Was um Gottes Willen ist hier? Wieder schon Grund für Krieg oder Religionskrieg oder Rechthaberei. Erst wenn die Menschen bescheiden geworden sind, gelernt haben, wir sind nicht allein im Universum, lassen wir sie ihrem Planeten oder ihr Sonnensystem verlassen. Das ist die Zuh-Hypothesis. Macht einen bestimmten Sinn. Jetzt haben Sie von Bescheidenheit gesprochen. Ich glaube, wenn man sich anschaut, der Mensch wurde ja durch Technologie nicht bescheiden, sondern im Gegenteil. Er dachte, wir können das, wir sind praktisch gottgleich, wir haben sogar das Atom gespalten. So. Das ging uns selber auf. Glauben Sie, dass der Mensch, die Menschheit, dass sie die Kurve bekommt, solange der Mensch sich zugehörig zu einer Spezies immer noch als etwas anderes, also gegenseitig betrachtet, haben wir gelernt oder können wir lernen, als Spezies zu denken? Wir haben es gelernt. Wir haben schon im Kalten Krieg gelernt, dass wir, da waren wir so weit, dass eine Nation die andere hätte umbringen können. Ich denke jetzt an die damalige Sowjetunion und die Amerikaner etc. Hat doch nicht aufgehört. Das ist doch eher schlimmer geworden, meiner Meinung nach. Wir hätten sich gegenseitig abschlachten können. Wir hatten Glück. Nicht nur, es gibt dort ein Ereignis, also muss ich erzählen. Es war im Jahr 1967, dieses Datum fällt mir nicht ein im April irgendwo. Gute Fragen, wenn man die kennt. Ja, 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 bester wann. In den USA, im Staat Montana, gibt es eine Abschuss, Raketenabschussbasis, interkontinentale Raketenabschussbasis. Die heißt dort Malmstorm, ein schwedischer Name. Sie müssen sich vorstellen, das sind zehn Silos in der Erde. Jeder Silo ist anderthalb Kilometer vom nächsten entfernt. In jedem Silo steht eine abschussbereite interkontinentale Rakete, damals gegen den bösen Feind, die Ex-Sovietunion, gerichtet. Kalter Krieg. Und ein junger Oberleutnant Robert Salas hatte damals Dienst. Der hat mir erklärt, später, heute ist er ein alter Mann, in jedem Silo drin brennen viele Scheinwerfer und viele Kameras. Wir sehen in jedem Silo rein. Wir würden jede Ratte sehen, wenn sie hineinkriechen würde. Und jeder Silo vom anderen hat eine unabhängige Stromversorgung. Ich hatte Kontroll, ich saß in einem Raum, waren zehn Bildschirme an den Wänden. Ich sah in jedem Raketensilo rein. Und unter jedem Bildschirm war ein grünes Licht. Die Rakete war abschussbereit. Plötzlich rief jemand von draußen an. Denn draußen ist eine Kompanie Soldaten. Das alles ist im Erdboden drin. Von draußen sieht man wenig. Und der sagt am Telefon, es schwebe ein oranges Objekt über der Anlage, ob sie darauf schießen sollen. Der damals junge Leute an Zalas, wusste er auch nicht wahr, nimmt den Telefon höher, um seinen Kommandanten zu fragen. Und während er das macht, löschten alle zehn Bildschirme von allen zehn Silos ab. Die grünen Lichter, die die Abschussbereitschaft zeigten, wechselten alle auf rot. Jetzt glaubten die Amis damals, das müsse irgendeine Geheimwaffe sein der Sowjets. Die haben irgendetwas entwickelt, wie man von außen die Elektronik von Raketen lahmlegen kann. Deshalb kann der Befehl, kein Mensch spricht hier ein Wort darüber. All das war 1967. Dann vergingen die Jahrzehnte, 68, 88. Jetzt, nach dem Kalten Krieg, kam es vor, dass sich ältere Herren der Ex-CIA mit älteren Herren der Ex-KGB getroffen haben. Und an einer Bar in Washington fragt ein Amerikaner, Washington, da sind wir wieder. Was habt ihr eigentlich 1967 enttäuscht? Wie konntet ihr unsere Interkontinentalraketen lahmlegen? Und der Sowjetmensch, völlig vertattert, sagt, was? Bei euch auch? Das Ganze ist bei uns passiert. Da sind zwei Raketen am Schussabschuss lahmgelegt worden. Dieser Fall ist klipp und klar heute bewiesen. Ist dokumentiert in Büchern so. Sie haben gefragt, bringen wir uns Menschen um? Kurzum, damals hat uns irgendeine fremde Macht demonstriert, wenn wir nicht wollen, könnt ihr Menschen eure Knöpfe drücken, wie ihr wollt. Ihr schafft es nicht. Wir hätten uns nicht gegenseitig umbringen können damals. Wie viele Menschen wurden aber abgeschlachtet, mein Jutzer? Abgeschlachtet in der Historie der Menschheit so. Kannst du doch nicht erzählen. Gerade sterben Kinder im Gaza-Streifen so. Jeden Tag, weißt du? Kinder. Unschuldige Kinder. Also. Herr von Däniken. Weiß nicht. Hatten Sie in Ihrem Leben auch mal so etwas wie Zweifel? Weil bei Ihnen klingt das alles so flüssig, dass Sie das ja alles glauben. Es ist ja nicht ausgedacht, sondern für Sie ist das die Realität. Ja. Ist so. Gibt es Zweifel in Ihrem Leben? Also bei mich ist das alles sehr wohl ausgedacht. Es gab immer schon wieder Zweifel in verschiedenen Kleinigkeiten. Und da habe ich mich auch oft geirrt und habe einen Unsinn geschrieben. Damals wusste ich... Wenigstens gesteht er sich das ein. Das ist schon eine starke Sache. Es gehört halt aber auch dazu. Weißt du, wie ich meine? Dass man ja auch mal Müll erzählt, Fehler macht, falsche Überzeugungen hat. Das ist menschlich, dass wir uns weiterentwickeln, neue Dinge dazulernen, Dinge hinterfragen und so. Das ist natürlich nicht besser. Also schau mal. Im ersten Buch Erinnerung an die Zukunft, da schrieb ich über eine Insel, die heißt Elefantin und die Insel existiert am oberen Nil dort auf der Höhe von Assuan. Ich war damals als 19-Jähriger dort oben und der Reiseleiter, ein Gebirge, der Mann hat mir gesagt, diese Insel trägt den Namen Elefantin, weil sie aus der Luft ausschaut wie ein Elefant. Ich habe mir später gedacht, das können die ja gar nicht wissen, die sind ja gar nicht geflogen. Ich habe das in mein Buch reingetan, erinnere an der Zukunft. Später lernte ich dann sehr schnell mal, das ist alles Quatsch. Die Insel heißt Elefantin, weil Elefanten auf der Ensel gegrast haben. Sieht überhaupt nicht wie ein Elefant aus. Oder in Indien, in Delhi, gibt es einen alten Tempel und da stehen unter anderem zwei Säulen, die sind Metallsäulen. Ich war auch dort und die lokalen Führer haben mir erklärt und halt bewiesen, die Säulen rosten nicht. Ich habe auch mit meinen Fingern dran gerieben, die rosten nicht, die glänzen, sind x-Jahrhunderte alt im Wetter rausgesetzt. Und da habe ich auch drüber geschrieben, vermutlich irgendeine außerirdische Legierung. Irgendwer stellt das Zeug hin, damit wir, hallo, fragen, was ist das? Inzwischen rosten die Miststücke. Geiler Typ, das macht den sympathisch gerade, oder? So, was willst du da machen? Inzwischen rosten die Miststücke langer. Lang die Miststücke, was fängt der an zu rosten? Du hast dich gegründet. Du bist als junger Mann begeisterungsfähig. Du bist nicht kritikfähig. Man ist beleidigt über jede Kritik etc. Mit den Jahren lernst du das. Lernst doch mit der Kritik umzugehen. Lernst auch, dass du da und dort Unsinn geschrieben hast und die Kritik durchaus recht hatte. So, was ich heute sage und weiß, ist sehr wohl, wohl überlegt. Ich kenne die Querverbindungen. Ich kenne die anderen alten Bücher. Wenn ich die Bibel rede, habe ich im Hinterkopf das indische Mahabharata, das Mausa La Purva. Das ist wild, das ist wild. Dafür Respekt, Bro. Sag ich dir so, wie es ist. Die Geschichten von Kobi. Ich weiß, es gibt Verwandtschaften. Und das macht mich selbst sicher. Aber nochmals, ohne Rechthaberei. Man kommt mir mit besseren Argumenten. Und ich lasse mich sofort überzeugen. So. So geht es mir auch, meine Jutzen. Du warst auf dem Holzweg. Aber sie geben ja schon zu, dass natürlich immer auch die Gefahr besteht, wenn man etwas unbedingt... Geiler Typ, ja. ...gerne haben. Ich mag den, Bruder, sag ich dir ehrlich. ...möchte, weil das ja auch eine schöne Theorie ist, von der sie sprechen, dass man dann auch alle Dinge nur noch so sieht und so einortet, wie, das kennen Sie ja vielleicht von schwangeren Frauen, die sehen dann, wenn sie schwanger sind, plötzlich nur noch Schwangere in den Straßen. Also, dass man alles irgendwie versucht, in seine Theorie einzubauen. Ja, passiert auch, ja. Wenn man sie sich einfach herbei wünscht. Könnte es sein, dass sie sich vollkommen geirrt haben? Das ist ganz banal auf diesem Fall. Definitiv nicht. Es kann sein, dass ich mich in vielen Sachen irre. Oder was Sie absolut richtig sagen, man reiht alles Mögliche dann. Man reiht das alles ein, aber solange man kritisch bleibt, so. Solange man nicht das Ego zu krass übertreiben lässt in sich, weißt du, naja, ich hab Recht und alle anderen haben kein Recht und bla 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 und ich bin der King und dies, das, bla bla bla. Solange man immer humble bleibt, schön auf dem Boden, Digi. Und dann kommt einer und sagt, ey, das stimmt nicht, was du sagst. Und dass du dann sagst, erzähl mal, wieso nicht. Und nicht, nein, weil, äh, 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 sondern, ey, okay, erzähl mal, was ist deine Argumentationskette, so. Dann hörst du zu. Kann sogar sein, dass du während dem Gespräch dann sagst, ah, nee, stimmt nicht und versuchst, deine Position zu vertreten und so. Aber der wichtigste Moment ist, wenn du dann mit dir alleine bist, dann diese gesagten Worte nochmal Revue passieren zu lassen und dein Ego so weit zur Seite zu schieben, dass du auch sagen kannst, wenn du deinen Punkt hatte, dass du deinen Punkt hatte, so. Und dann kannst du deine Meinung verändern und dann kannst du dich weiterentwickeln, so, weißt du, das geht schon. Das passt klar. Es gibt weltweit Felszeichnungen. Es muss hunderttausende davon geben. Die Menschen haben ihre Götter, ihre sogenannten Götter, immer dargestellt mit heiligen Scheinen oder Helmen oder Strahlen weltweit. Jetzt die Steinzeitmenschen in Südamerika, die konnten nichts wissen von den Steinzeitmenschen hier in Europa. Es gab keinen direkten Kontakt. Es gab keinen Kontakt. Oder mit denen irgendwo in der Südsee. Und alle machen dasselbe. Alle stellen dann ihre Götter mit heiligen Scheinen und Helmen dar. Die haben auch einige andere Dinge auch parallel gehabt quasi, so auch diese Tasche. Diese eine Handtasche, von der wir auch immer, oder die wir auch schon in den ein oder anderen Dokumentationen gesehen haben, die auch bei vielen verschiedenen Kulturen aufgetaucht sind, in den Malereien. Und da gibt es einige Dinge, so, wo man sich dann natürlich auch fragt, so, wie haben die denn Kontakt miteinander gehabt? Oder warum haben die auf das gleiche Wissen zurückgegriffen? Von wem? Jetzt nehme ich mir tatsächlich die Freiheit und unterordne dies. Ich sage, hallo, haben die alle dasselbe gesehen? Vielleicht irre ich mich. Vielleicht gibt es ein anderes Argument, warum die ihre Götter halt so dargestellt haben. Es muss nicht sein, dass aus dem Grund, weil sie auch so gesehen haben, mit Helmen und so, dass das der Grund war. Aber man nimmt das schon als Indiz selbstverständlich. Ja, jetzt redet er ein bisschen besser. Manchmal sagt er so Sachen wie so, ja, das ist hundertprozentig dokumentiert und dies, das, wo du dann denkst, so, bro, bleib cool. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil er ist halt wirklich extrem überzeugt davon. Aber wenn du ihn dann darauf ansprichst, dann scheint er schon ein reflektierter Typ zu sein, der auch sagen kann, so, ja, ey, das ist so meine Überzeugung jetzt gerade. Komm mir mit einem besseren Argument an. Kann ich auch darüber nachdenken, ob das vielleicht nicht stimmt. Das macht aber im Grunde genommen jede andere Wissenschaft auch. Man hat eine Theorie, man versucht Indizien zu bringen, die die Theorie stützen könnten. Natürlich auch Indizien, die dagegen sind. In dem Fall hast du jetzt keine. Okay, ich habe noch kein anderes Argument. In den Fällen, wo wir Feuer und Lärm und Wüstensand haben, da gibt es eben die andere Denkweise. Das sind Wüstenstürme, Tropenstürme, Vulkanausbrüche etc. Dann kommt das Argument, aber nicht, wenn gesprochen worden ist, wenn die Information geflosche etc. Ich habe mir die Geschichte schon einigermaßen überlegt. Wer hat sich das schon überlegt, der Cousin? Heute, als Außerirdisch auf dem Mond landen würde, dann würde man feststellen, und die Erde gäbe es so nicht mehr. Also die Erde hätte sich in Luft aufgelöst oder aber das intelligente Leben wäre um ein paar tausend Jahre zurückgeworfen, weil der Mensch sich atomar pulverisiert hätte. Die Natur würde sich schon davon wieder erholen. Aber wenn man auf dem Mond landet, würde man dort das ein oder andere Endprodukt finden, nämlich Weltraummüll würde da rumliegen. Haben die Außerirdischen, von denen Sie sprachen, auch auf der Erde Dinge zurückgelassen, die man eben zurücklässt als Raumfahrer? Oh ja. Spannend. Wir kommen nicht dran. Wir kommen nicht dran. In der Bibel gibt es einen Gegenstand, den nennt man die Bundeslade. Okay. Spätestens ab jetzt müssen die Aluhütchen ausgepackt werden, Freunde. Die Bundeslade ist ein Holzkasten. Der Moses und sein Bruder Aaron wurden vom Gott des Alten Testamentes auf den Heiligen Berg gebeten. Schau. Hat der liebe Gott dem Moses den Anweisung gegeben zum Bau einer Lade, einer Kriste. So und so lang, so und so breit, mit dem und dem Metall überzogen, mit Gold etc. Und der Herr sagte dem Moses ausdrücklich, Und ziehe zu, dass du alles genau nach dem Vorbild machst, das ich dir zeige. Die Lade, die der Moses baute, war aus einer Kopie, das Vorbild war das Original. Ich muss es jetzt kurz machen. Was war diese Bundeslade? Der Moses hat die Bundeslade die 40 Jahre herumgeführt. Immer wenn die Israeliten gestoppt haben, irgendwann hat man eine Stiftshütte, ein Zelt aufgebaut, hat die Bundeslade da hineingetan. Die Priester, die die Bundeslade transportieren durften... Wir haben uns doch mal ein Video von Riddle.de reingezogen, wo die gesagt haben, dass die Bundeslade wie ein Navigationssystem war, Digga. Tom-Tom-Visho. Bruder, manche Leute übertreiben auch, ja. Waren speziell geschulte Priester, die Leviten. Die hatten siebenfach gewobene Kleider, Steine um den Hals etc. Komplizierte Schuhe, ich mache es jetzt nicht schwer. In der Bibel und in anderen Texten gibt es verschiedene tödliche Unfälle mit der Bundeslade. Im Buch der Könige liest du das Ussa. Ussa war einer der Levitenpriester, der die Bundeslade transportierte und beschützte. An einem Moment, wo die Bundeslade zu stürzen drohte, also unebenes Gelände, schnell mit der Hand daran griff, um sie vor dem Sturz zu bewahren. In derselben Zehntelsekunde fiel er wie vom Blitzgetoten um. Die Bundeslade war gefährlich. Später, die Geschichte geht zu lang, kommt die Bundeslade nach Äthiopien. Salomon hatte ein Verhältnis mit der Königin von Saba. Daraus entstand ein Sohn, der war in Alekken. Der hat dann die Bundeslade geklaut, Jerusalem bringt sie nach Äthiopien. Die äthiopische Königin, die Königin von Saba, hat die Bundeslade aufgestellt. Alle Gaffer, die in die Nähe kamen, werden krank. Die Krankheiten werden beschrieben. Sie hatten Blasen am Gesicht. Die Nägel an Händen und Füßen fielen innen auf. Die Haare etc. Jetzt kriegt die Königin von Saba Angst. Es ist etwas Gefährliches in der Lade. Sie ließ ein Loch bauen und die Bundeslade da hineintan. Heute steht an der Stelle die Marienkathedrale in der äthiopischen Stadt Axum. Und darunter ist ein Loch. Da sind heute noch Wächter, also Priester, die die Bundeslade beschützen. Der Gegenwert... Echt? Man sagt doch, man weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt, oder? Der Chef der koptischen Kirche hat vor zwei Jahren in einem Interview gesagt... Das war auch ein Mysterium eigentlich, oder nicht? Ja, er habe die Bundeslade gesehen, sie sei nicht von irdischer Art. Sie haben mich am Anfang... Ja, das sind halt alle Spekulationen noch, ne? Da gibt es noch Gegenstände, irgendwelchen Gerümpel auf dem Mond. Die Bundeslade wäre so ein technischer Gegenstand, auch wenn wir nur Teile davon hätten. Ich vermute, da war irgendeine Batterie drin, eine Plutoniumbatterie. Radioaktiv, hocksgefährlich. Jetzt könnte man weitergehen, wozu die Energie? Aber das geht jetzt zu weit. Nur noch ein anderes Beispiel. Die japanischen Kaiser, die betrachteten sich, die Urkaiser, sie seien direkt vom Himmel gekommen. Sie seien Söhne der Gottessöhne. Deshalb in Japan ist die Sonne das Symbol in der Flagge. Der älteste Kaiser, Jimu Tenno, der hat, so ist es überliefert, von seinem himmlischen Vater ein Geschenk bekommen. Mit diesem Geschenk konnte er sehen, was überall auf dem weitverzweigten Inselreich passierte. Als Jimu Tenno starb, hat man ein riesiges Mausoleum für ihn gebaut, mit Wasser umgeben. Ich war mal dort drin, das kann man als Tourist ansehen. Und diesen seltsamen Spiegel, man nennt ihn den Spiegel von Ise, mit dem der Jimu Tenno alles sehen konnte. Digga, was für krasse Storys, ja. Hat man in Tücher eingewickelt und mit dem Herrscher ins Mausoleum getan. Die Tücher liegen heute noch dort. Ich hätte gern mal das Zeug ausgewickelt. Ah jo, Digga, wenn ich. Ist da drin. Das ist ein Heiligtum der Shinto-Religion. Niemand macht so etwas. Das ist einfach verrückt. Wir haben ein paar Gegenstände auf der Erde, die technologisch höchstwahrscheinlich sind und nachweisbar sind für Aussage. Aber die Religion... Bruv, wenn das so wäre, dann liegt der Spiegel schon lange nicht mehr da drin, Digga, glaubt mir das. Ohne verhint das, dass wir drankommen. Die Jungs innen auf der Welt, die die Welt in der Hand haben, mehr oder weniger, Digga, die wären da ganz schnell hingeflogen, hätten sich die Spiegel geholt, so. Weißt du? Als ob Klaus Schwab da nicht rankommt. Oder es ist ein kleiner Maniak der Juval, Alter. Irgendwie wären die schon da rangekommen. Okay, Freunde, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um auch hier wieder Stopp zu machen. Ich weiß, es ist brutal spannend, so. Man könnte sich jetzt den Rest auch noch reinziehen, aber... Das geht dann zu lange. Ich will das unter einer Stunde behalten, das Video für YouTube. Und deswegen machen wir hier Stopp und ziehen uns den Rest wann anders rein. Falls ihr den Rest noch sehen wollt, gerne in die Kommentare unten reinschreiben, Daumen nach oben dalassen. Und ja, man, generell einfach eure Gedanken auch zum Video unten in die Kommentare reinschreiben. Und ja, man, wilde Geschichte auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf eure Kommentarchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Peace out.